Musik 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 Sie haben martialische Namen wie Raubtier oder Sensenmann. Solche Drohnen töten ihre Ziele, etwa in Somalia. Kaltblütig, effektiv und offenbar auch mit der Hilfe Deutschlands. Eineinhalb Jahre recherchieren NDR-Reporter John Götz und Kollegen der Süddeutschen Zeitung. Sie belegen, alle Drohnenangriffe der USA in Afrika werden über die Luftwaffenbasis Rammstein und das Afrika-Kommando in Stuttgart mitgesteuert. Wir haben festgestellt, dass die Kommando, also im Prinzip sozusagen die Entscheidung, wann und wo hingerichtet wird, findet eigentlich in Deutschland statt, in Stuttgart. Also bei der Afrikom-Zentrale, wo es auch ein Bundeswehr-Attaché gibt. Mögliche Ziele in Afrika werden von Deutschland aus gesucht und am Bildschirm verfolgt. Ist ein Ziel erfasst, wird die Information in die USA geliefert. Dort sitzt ein Pilot, der mit seinem Joystick die Rakete ferngesteuert abfeuert. Für Rechtswissenschaftler ist auch die indirekte Rolle Deutschlands bedenklich. Wenn die US-amerikanischen Streitkräfte von deutschem Boden aus solche Maßnahmen ergreifen, könnte die Bundesrepublik Deutschland unter Umständen sich an einem völkerrechtlichen Delikt beteiligen, wenn sie nichts dagegen unternimmt. Tatsächlich unterstützen die Deutschen die USA sogar tatkräftig dabei, Informationen zu sammeln. So belegen die Recherchen, dass auch die Hauptstelle für Befragungswesen, eine Abteilung des Bundesnachrichtendienstes, eine wichtige Rolle im geheimen Krieg der Amerikaner spielt. Wir haben festgestellt, dass Deutschland sehr wichtige Informationen für die Zielerfassung von zum Beispiel einer Hinrichtung in Somalia. Da werden somalische Flüchtlinge hier systematisch befragt, gemeinsam mit Amerikanern. Und das fließt natürlich in das amerikanische Zielerfassungssystem. Dieses System nutzt viele Quellen vom Satellit bis zum Spion. Und auch die Aussagen von Asylbewerbern in Deutschland können wertvoll sein. Ein Puzzleteil führt zum nächsten. Manche Informationen werden genutzt, um Erkenntnisse zu widerlegen. Andere führen zu neuen Spuren. Sie kriegen Telefonnummern, Handynummern, die zu gesuchten Personen führen können. Gesuchte Personen setzen die Amerikaner auf deutschem Boden auch schon mal selber fest, etwa am Frankfurter Flughafen. So haben die Journalisten herausgefunden, dass hier Secret Service und das US-Heimatschutzministerium tätig sind. Von diesem CIA-Stützpunkt in Frankfurt sei gar der Aufbau von Foltergefängnissen in Osteuropa geplant und organisiert worden. Der geheime Krieg der USA, er wird, so die Journalisten, von der Bundesregierung offenbar billigend in Kauf genommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017